Guten Tag, liebe Leute, willkommen zurück zu Daymare1998. Ja, letzte Folge hatten wir ja dort oben, wo wir die Treppe hochgegangen sind, so ein ganz lautes Geräusch gehört. Ja, wir wissen ja leider noch nicht, was das war. Auf jeden Fall mal schätze ich, dass das kein normaler Gegner war. Also ich gehe davon aus, dass das eventuell ein neuer Gegner ist oder sogar ein Boss-Gegner. So, wir haben ja jetzt zwei Wege, wir können ja einmal hier entlang oder oben entlang. Und, Moment, erstmal hier die hier ausschalten. So. Zack. Und wir schauen jetzt erstmal hier nach, was wir noch hier so haben an Möglichkeiten, so vom Langgehen her und so, bevor wir dann hochmachen. Und hier ist halt irgendwas, was ich gerne noch mitnehmen würde. Aber leider haben wir jetzt schon länger nicht mehr einen Lagerort gefunden. Hilfe! Was war denn das denn jetzt hier für Zombies? Die waren ja richtig robust. So, Moment. Ich glaube, jetzt können wir das, was dort liegt, mitnehmen. Weil wir hauen uns nämlich jetzt mal hier den Riegel rein. So. Was ist das laute Geräusch hier? Das ist doch kein Gewitter, oder? Das ist 100 pro dieses laute Vieh, was wir eben gehört haben. Auch schon beim letzten Mal. Das ist es doch. Oder? Ey, das hört sich richtig unheimlich an. Also, das muss ich ja mal so sagen. Das tut mich schon so ein bisschen beklemmen. Also, das... Ja, gibt eine Art beklemmendes Gefühl. Muss ich an der Stelle ehrlich sagen. Was liegt da für Munition? Mist. So, hauen wir das mal rein. Was haben wir jetzt hier? Magnum-Munition. Okay, so starke Munition hier nochmal. Und auch an sich hier nochmal andere Vorräte. Das ist doch 100 pro irgendwas Starkes, wo wir jetzt gleich dagegen kämpfen. Ich sehe es schon. Komm, es scheint gerade alles so darauf hinaus zu laufen eigentlich. So, wir nachladen mal hier die Magnum. So. Halt. Magnum ist noch nicht ganz komplett durchgeladen. So. Hier wäre noch Heilung. Ja. Die können wir halt leider nicht mehr mitnehmen. Sagen wir, wir schmeißen die eine Magnum-Kugel weg. Das wäre eine Möglichkeit. Aber... Eine Magnum-Kugel ist auch viel wert. Vor allem halt, weil die Magnum ordentlich reinhaut. Das ist halt das Ding. Die Magnum ist unsere stärkste Waffe neben der Pistole. Ja, und es geht jetzt nur noch dort oben entlang. Ja, das heißt, ich wette, wir treffen 100 Brudern das Ding, was wir so laut der Geräusche machen haben gehört. Ja. Ach Mann. Hilfe. Du bleibst liegen, verstanden. Danke. Ja. So. Gut. Hier geht's entlang. Hier sind noch mehr. Wir laden mal lieber nach. Weil das ist wahrscheinlich nur der eine. Ich höre nämlich hier links auch noch einen. Ja, da kommt sogar einer langsam angelaufen. Halt. Ich wollte eigentlich erstmal nachladen, aber... Okay. Probier ich euch mal noch mit der Munition nicht zu erledigen. So. Zack. Noch einmal so wechseln. So, wunderbar. Und das eine Magazin hier mit der Spezialmunition bleibt auch so bestehen. So. So, hier kommen wir rein. Hier geht's nach unten, so wie es aussieht. Moment mal. Wir schauen uns außen hier kurz außen noch, um ein wenig. Ich meine, mitnehmen könnten wir eh nichts. Ja. Ich muss das Sicherheitssystem deaktivieren. Unsere Figur will also hier durch das Tor. Hm. Da würde man eigentlich auch drüber kommen. Wäre ich eher, würde ich glaube ich so eine Tonne nehmen oder sowas. Das dann davor stellen und dann drüber steigen. Aber nur gut. So, dann wollen wir mal hier rein. Moment mal. Da hinten geht's nochmal weiter hoch und... Hier hängt der Aufzug fest. Okay. Was haben wir hier? Ohohohoho. Ein Lager. Dass ich das mal wieder erlebe, freut mich echt. Das freut mich wirklich. Moment. Einmal hier abspeichern. Kapitel 4. Funkturm. So, da wir ja so den Lagerort haben, gehen wir mal ganz kurz zurück. Ja. Denn dann würde ich mir mal noch ganz gerne dort diese eine Heilung holen, die wir noch weiter unten hatten, aber nicht mitnehmen konnten. Und das muss ich immer echt so sagen, die Geräusche dort oben tun mich echt wirklich ein bisschen beängstigen. Ich meine, es regnet und so, das Wetter ist gerade blöd, aber das hört sich halt nicht so richtig für mich nach Gewitter an. An manchen Stellen. Oh, das hört sich einfach ein bisschen seltsam an. Ich glaube, es wäre schön, wenn es der Fall wäre. So, zweimal was zum Heilen haben wir jetzt hier nochmal. Einen Energieriegel und nochmal so einen Energy Drink. Davon würde ich auch nochmal ein, was einbunkern. Aber auf jeden Fall haben wir dann in unserem Lagerbüschchen schön was eingelagert, ja. Also so für Fälle, dass wir mal gar nichts mehr so richtig haben, können wir dann, falls wir da ein Lager finden, ordentlich was dann mitnehmen. Das finde ich nämlich nicht verkehrt. Das finde ich überhaupt nicht verkehrt. Also man sollte eigentlich immer mal ein bisschen was aufheben. So. Jetzt einmal hier wieder rein. Hallo? Öffne ich die Tür. Gut. Und dann geht es jetzt hier gleich nach oben. Aber dort haben wir ja die Treppe gesehen. Dort geht es dann jetzt gleich lang. Energy Drink, Energy Drink, Riegel. Hm. Was nehmen wir denn noch mit an Heilung? Munition bleibt alles bei mir, würde ich sagen. Obwohl wir könnten noch hier die Magnum Kugel, die wir hier gelagert haben, sehe ich gerade noch mitnehmen. Ja. Dann hätten wir acht Kugeln dafür dabei. Und noch einmal Heilung. Dann haben wir zweimal eine starke Heilung dabei. Ich glaube das reicht. Oder wir machen es so. Eine starke Heilung und eine mittlere. Ja. Eine starke und eine mittlere würde ich sagen. Gut. Unser aktueller Gesundheitszustand ist glaube ich ganz gut, oder? Jahrhundert. Und wer hier hat den erledigt mit dieser Stange? Wer hat den wohl hier erledigt? Ob das vielleicht der war, den wir jagen? Wer weiß, wer weiß. Wo? Was? Code abspielen? Ach, mit diesen Geräuschen hier sollen wir hier was abspielen. Und hier muss das eingefügt werden. Und was ist das denn, was wir da auf die Bildschirme sehen für ein Ding? Moment mal. Ich glaube das, was wir da hören. Sollen wir dort abspielen. Kann das sein? Wir schauen uns mal hier kurz alles an. Alarm wurde... Nein, hier steht jetzt nichts Wichtiges. Hier steht jetzt nichts Wichtiges. Tyler Audio Protokoll. Das sollten wir uns vielleicht mal anhören. Audio. Tyler. ... ... ... Dr. OR-35 Ich habe gerade gesagt, dass sie einen anderen Test auf den Equipmenten heute machen. Das bedeutet, dass ich die Radio-Antenna für mehr als 20 Minuten verletze, um alle Kommunikation zu verletzten und um die Keensite aus dem anderen Welt zu verletzten. Für die Beste! Ich wollte heute nach Hause, aber insofern, ich werde in diesem Filthy-Fuckin-Bed schlafen in einer großen Cinder-Block. Ich bin nicht genau sicher, was diese Tests für sind. Aber sie bezahlen mir nicht genug, um in diesem Konkret-Friezer zu verletzen, wie ein hermit. Ich habe meine Meinung gemacht. Ich werde zuhören und zu weit entfernen von dieser Stadt, wie ich kann. Ich meine, was ist das Worte, was sie für mich tun können? Auch wenn sie das gehört haben, was, mich zweifeln? Hm, okay. Ja, so, ich muss jetzt noch mal kurz leise sein und hier zuhören. Ich glaube, ich muss hier diese Melodie bestimmt an dem anderen Ding abspielen. Also, ich muss mir das vielleicht merken und muss es dann vielleicht hier rein machen. Oder? Das soll man sich 100 pro merken. Und hier haben wir ja überall Buchstaben, wie wir ja hier sehen. Und diese Buchstaben sollen dann bestimmt hier bei Code einfügen rein. Also, es fängt auf jeden Fall an mit so einem I, I, I am Anfang. Vielleicht das hier. Also, das ist ein O. Ja, das ist ein O. Klappt das, dass man das hier einmal immer einen Buchstaben rein macht? Das bleibt dann, bis ich wieder dran bin. Klappt das? Ja, das ist noch da gut. Jetzt sollte ich sagen, nochmal so ein M und dann so ein kleiner Punkt. Oder? Moment. Haben wir sowas hier? Ja, hier. Ist das auch wirklich? Mir kommt das eben doch nochmal ein bisschen anders vor. Hm, okay. Moment mal. Hm. Okay. Jawohl. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Bei dem einen Ding ist jetzt grünes Licht. Sehr gut. Wir kommen jetzt hier wieder weiter. so dann können wir jetzt hier einmal rausgehen halt moment mal können wir jetzt diesen aufzug rufen aber wir können jetzt dort hinten rein ach du schreck ich will nicht wissen was das ist oh gott das sehe ich doch okay das heißt der bosskampf da oben stand gerade besiege castor hades er hat das leider noch unterstützung von anderen hier was mir überhaupt nicht gefällt und er war kommt weg mit ihr gut wir haben ihn besiegt da bin ich aber jetzt echt beruhigt ist der eine steht noch mal auf bleibt doch bitte liegen hallo richtig so richtig so richtig so gut jetzt einmal hier nachladen die schrotflinte so hier einmal ran das wird jetzt geöffnet so jetzt würde ich gerne noch einmal hier rein gehen kann man das jetzt einfach nicht ok gut dann gehen wir weiter wenn das nicht geht ich will noch mal schauen in mein inventar von den plätzen her und so ja es sieht doch ok aus moment so jetzt bin ich zufrieden wir können weiter ich bin Also, du hast es so weit geschafft. Ich komme für dich, F***er. Wir treffen uns sehr schnell, du und ich. Oh, oh. Was? Kapitel 5? Nullsummenspiel. Zwei Stunden zuvor. Okay, das geht jetzt hier wieder weiter in diese Zentrale hier. So, wir laden hier einfach mit ihm hier die Pistole nach. Zack, und wir wissen ja leider immer noch nicht bei ihm, wie wir zur Hölle hier die Desert Eagle nachladen. Also, das Ding, was rauskommt. Desert Eagle, aber hier nicht so heißt. Weil wir haben ja hier Munition dafür. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir keine Munition haben. Wir können sie halt bloß irgendwie nicht ausrüsten. Was ein wenig schade ist. Aber nun gut. Ja, ich würde sagen, Leute, wir machen dann weiter in der nächsten Folge hier mit Kapitel 5. Ja. Lasst an der Stelle gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi. So polity Cos searching... Das baum Solution. So, ich bin ja mal Gas. Ich habe gerade mal da.